Hallo! Als DJ Beat Bro mich neulich in seiner Untertasse hat mitfliegen lassen, hat er mir doch glatt seinen Beat Engine gezeigt. Das ist das Gerät, das die Untertasse antreibt. Es ist eine Struktur aus rotierenden Zylindern aus Licht. Es ist eigentlich nicht mit Worten zu beschreiben und man braucht sehr viel Imaginationskraft, um sich das vorzustellen. Und um euch zu unterstützen, habe ich euch eine bildliche Darstellung davon gemacht. Viel Spaß! Mitatrice ixxsack ixx6 ixx Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.